Das sind die Endmagie. Das sind die Endmagie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Hoho, wow! Hey, hey, hey! Hallo, Jungs und Mädchen! Seht euch meine Stadt an! Ist sie nicht toll? Oh, hier ist so viel los! Was könnt ihr sehen? Was könnt ihr hören? Etwas Großes ist im Anmarsch! Hoho, das sehen wir uns mal genauer an! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, kommt und singt mit mir! Was ist das? Es ist ein Bus. Was ist das? Es ist ein Bus. Was ist das? Es ist ein Bus. Kommt und sagt es mit mir! Yeah! Oh, warte! Oh! Okay, Jungs und Mädchen! Kommt und sagt es mit mir! Es ist ein Bus! Es ist ein Bus! Yeah! Oh! Hoho, Entschuldigung! Das gefällt dem Busfahrer nicht! Tut mir leid, Herr Busfahrer! Okay, los geht's! Tschüss, Bus! Hey, hey! Wow! Was war das? Und nochmal! Was ist das? Was ist das, liebe Kinder? Wow! Singt mit mir! Yeah! Was ist das? Es ist ein Motorrad! Was ist das? Es ist ein Motorrad! Was ist das? Es ist ein Motorrad! Kommt und sagt es mit mir! Yeah! Oh, bereit? Ha! Oh, stopp! Haha! Schaut, Jungs und Mädchen! Es ist ein Motorrad! Haha, yeah! Es ist ein schnelles Motorrad! Also, sagst du schnell mit mir! Ein Motorrad! Ein Motorrad! Ein Motorrad! Haha! Gut gemacht! Huh! Das ist ein stinkendes Motorrad! Es will weiterfahren! Auf die Plätze! Fertig! Los! Haha! Meine Güte! Pah! Haha! Tschüss, Motorrad! Oh, schaut, schaut! Da kommt etwas, Jungs und Mädchen! Hört! Was ist das? Wisst ihr es? Ich schon! Oh, hey! Schaut! Haha! Singt mit mir! Kommt schon! Was ist das? Es ist ein Auto! Was ist das? Es ist ein Auto! Was ist das? Es ist ein Auto! Kommt und sagt es mit mir! Oh! Warte, warte! Haha! Wir brauchen Zeit, um zu sagen, ein Auto, ein Auto, ein Auto! Stimmt's! Yeah! Oh, wow! Puh! Oh, oh! Haha! Ich glaube, ich stelle das Auto wieder ab! Also, wir können Tschüss zu dem Auto sagen Tschüss! Oh, man! Oh! Hört! Hört! Haha! Ich glaube, ich weiß, was das ist! Ihr auch? Ja? Dann singt mit mir! Kommt schon! Hey! Was ist das? Das ist ein Hubschrauber! Was ist das? Das ist ein Hubschrauber! Was ist das? Das ist ein Hubschrauber! Kommt! Und sagt es mit mir! Oh! Haha! Ich habe ihn! Oh, wow! Er ist laut! Also schreien wir! Es ist ein Hubschrauber! Ein Hubschrauber! Ein Hubschrauber! Haha! Yeah! Wow! Oh! Oh! Nein! Wow! Ah! Oh, oh! Oh, Mann! Hey! Do frecher, frecher Hubschrauber! Ich freue mich! Tschüss! Zum Hubschrauber zu sagen! Oh, hey! Hört mal, Jungs und Mädchen! Was kommt jetzt? Es schaut aus wie ein Zug, aber es ist kein Zug! Also was ist das? Singt mit mir! He hey! Was ist das eine Straßenbahn? Kommt und sagt es mit mir! Hey, yeah! Oh, warte! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ich dummerchen! Das war gefährlich, oder? Hey! Hört mal, was ist das für ein Geräusch? Klingt wie Wasser! Was ist das? Oh, 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 schaut! Es ist ein Boot! Singt mit mir! Yeah! Was ist das? Es ist ein Boot! Was ist das? Es ist ein Boot! Was ist das? Es ist ein Boot! Kommt und sagt es mit mir! Yeah! Oh, warte! Haben wir ein bisschen Spaß mit dem Boot? Yeah! Sagt es wie immer mit mir! Es ist ein Boot, ein Boot, ein Boot! Nochmal! Es ist ein Boot, ein Boot, ein Boot! Haha, gut gemacht! Uh! Was war das? Was? Hey! Haha, schaut! Es ist ein Flugzeug! Sagt es mit mir! Es ist ein Flugzeug! Haha! Es ist ein Flugzeug! Es ist ein Flugzeug! Hey! Oh, oh! Oh Mann! Oh, was für ein freches, freches Flugzeug! Oh! Was war das? Ich weiß es nicht! Und nochmal, was ist das? Ich weiß es nicht! Singt mit mir, Jungs und Mädchen! Kommt schon! Kommt schon! Oh! Was ist das? Ich weiß es nicht! Was ist das? Ich weiß es nicht! Was ist das? Ich weiß es nicht! Oh, schau! Es ist ein Roboter! Haha! Yeah! Es ist ein Roboter! Hehe! Yeah! Oh, hört! Was ist das für ein Geräusch? Stopp! Stopp! Oh nein! Maggie! Nein! Oh nein! Dein Roboter zerstört meine Spielzeugstadt! Entschuldigung, Steve! Sag es mit mir, liebe Kinder! Du frecher, frecher Vogel! Hahaha! Hallo, liebe Kinder! Heute Nacht ist Halloween! Überall sind gruselige Sachen! Heute Nacht gehe ich nicht raus! Nein, heute gehe ich nicht mehr raus! Oh, hey! Hört mal! Was ist das? Oh, Eiscreme! Yeah! Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme! Schrei! Heim! Dofer Steve! Oh, Halloween ist doch gruselig! Oder, Kinder? Hi Steve! Oh, Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Na los, Steve! Ich brauche deine Hilfe für Halloween! Abracadabra! Yeah! Der doofe Steve! Der schreit doch alles an! Oh, hey! Wo bin ich? Du bist in meinem Schreiwagen! Das ist Maggies Schreiwagen! Haha! Ja! Ich schreie, du schreist, wir alle schreien für Eiscreme! Hey! Ja! Also los! Und denkt dran! Schreit ganz laut, wenn ihr Halloween-Monster seht! Monster! Genau! Monster! Monster! Ohohohoho! Kommt mit, liebe Kinder! Hey! Das wird bestimmt lustig! Hahaha! Das ist Maggies Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Ah! Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Wow! Wow! Was ist das? Ah! Das ist ein Vampir! Stopp! Haha! Gut gemacht, Steve! Nein, Maggie! Fahr weiter! Da ist noch einer! Und noch ein Vampir! Ah! Ah! So viele Vampire! Ja! Die sind hier für ihr Eis mit einer blutroten Soße! Was? Blutroten Soße? Genau! Auf zur Arbeit, Steve! Die Vampire sind trocken! Nimm eine Waffel! Füll sie mit Eiscreme! Haha! Gieß Soße drauf! Gieß Soße drauf! Genau! Blutroten Soße! Haha! Hey! Warte mal! Das riecht nach Himbeere! Äh! Mh! Das ist Himbeere! Ah! Huh! Ich glaube, diese Vampire sind echt hungrig! Los an die Arbeit! Oh! Hey! Eiscreme! Ja! Und jetzt die Soße! Uh! Sie sind hungrig, Steve! Weiter so! Schneller! Schneller! Mehr Eiscreme! Mehr Soße! Yeah! Mach weiter! Hahaha! Uh! Okay! Alle Vampire sind weg, Maggie! Ja! Gut gemacht! Legen wir los! Oh! Und denk dran! Schrei, wenn du Monster siehst! Uh! Die Monster! Hahaha! Das ist Maggies Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Hahaha! Mit Maggie Magpie Schreiwagen! Macht Halloween Spaß! Ah! Ein Zombie! Genau! Auf geht's! Weiter schreien! Hihi! Ah! Da ist einer! Ah! Ja! Ah! Ah! Yeah! Maggie! Das sind so viele Zombies! Yay! Gut gemacht, Steve! Die Zombies sind für ihr Eis mit Fingern gekommen! Hihi! Was? Finger? Wirklich? Sicher nicht! Nein! Hoho! Schokofinger! Yeah! Die sind aber lecker! Oder? Yay! Hm! Steve! An die Arbeit! Hihi! Okay, Maggie! Los geht's! Yay! Hier! Gib's ein Gratis-Eis! Mach schon! Tu es! Ja! Super! Hey! Dein Geschrei hat wirklich geholfen! Was, Maggie? Mein Geschrei hat geholfen? Das ist toll! Weiter so! Haha! Okay! Los geht's! Hey! Und schrei, wenn du Monster siehst! Das ist Maggie's Schreiwagen! Wenn ich schrei, schreist du! Ah! Ah! Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Okay! Wir sind da! Stopp! Haha! Oh! Äh! Sorry, Maggie! Aber ich kann gar keine Halloween-Monster hier sehen! Weil du erst schreien musst! Äh! Was, Maggie? Ja! Ein Skelett! Genau! Gut gemacht! Weitermachen, Steve! Weitermachen! Hihi! Ein Skelett! Ja! Noch eins! Noch eins! Ja! Hihi! Super! Hahaha! Ja! Wow! Also, Maggie, welche Eissorte mögen die Skelette am liebsten? Oh! Schoko-Eis mit Knorpelknochen! Knorpelknochen? Genau! Knorpelknochen? Oh! Soll ich mal probieren, Kinder? Ja? Okay! Hm! Hohoho! Das ist Popcorn! Ja! Oh! Steve! An die Arbeit! Okay! An die Arbeit! Hihi! Genau! Los geht's! Pfff! 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 Woohoohoo! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! H-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Das ist Maggie's Schreiwagen, wenn ich schrei, schreist du. Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh. Nicht dieses Mal. Hoho! Nein, nein, nein! Oh! Lecker. Oh, du freches, freches Skelett. Also, liebe Kinder, ich glaube, wir müssen nun für unser Eis schreien. Ihr könnt mit mir schreien. Na los. Eins, zwei, drei. Oh, Steve. Wow, gut geschrien. Ja. Okay, die Hexen sind für ihr Eis mit Spinnen gekommen. Mit Spinnen? Genau. Mit Spinnen? Oh, Geleespinnen. Die sind lecker. Okay, an die Arbeit. Hey, los geht's. So, alle Hexen haben jetzt ihr Eis. Yeah. Was ist das, Maggie? Oh, das heißt, dass nur noch ein Eis in der Maschine übrig geblieben ist. Hier, für dich. Ein Eis für mich? Ja. Also, ich bekomme ein Eis mit viel von der blutroten Himbeersauce. Oh, ja. Schokoladenfinger. Ha, 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 ha. Viel von dem Knorbelknochenpopcorn. Ho, ho. Und eine Geleespinne obendrauf. Ho, ho. Das sieht lecker aus. Yeah. Na los, Steve. Was, Maggie? Los geht's. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Ah, ha, ha, ha. Einfach nur rumliegen. Ah. Ah. Was? Neun Uhr! Ich komme zur Späterschule! Ich muss aufstehen! Aufstehen! Oh nein! Ich muss aufstehen! Aufstehen! Jetzt aufstehen! Ich muss aufstehen! Aufstehen! Jetzt aufstehen! Sei keine Schlafhütze! Ich komme zu spät zur Schule! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Moment mal! Wo ist meine Schultasche? Ah, sie ist hier! Ich trage immer noch mein Pyjama! Hey Steve! Steve! Nicht jetzt, Maggie! Ich komme zu spät zur Schule! Was? Heute ist doch Sonntag! Dufer Steve! Ho! Liebe Kinder! Ich muss mich anziehen! Ich muss mich jetzt anziehen! Ho! Ho! Du musst dich anziehen! 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 Jetzt! Du musst dich anziehen! 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 Jetzt! Du musst dich anziehen! 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 Jetzt! Aber zieh zuerst deine Shorts an! Oh! 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 Ich trage immer noch meinen Pyjama! Hey Steve! Schau mal! Es ist Sonn! Was? Maggie? Ist es Sonnig? Ich weiß! Sehr interessant! Aber ich komme zu spät zur Schule! Nein! Es ist Sonntag! Ho! Dofer Steve! Oh! Zu spät! Zu spät! Oh! Haha! Vergiss das Frühstück nicht! Genau! Zeit für ein Frühstück! Frühstück! Zeit für ein Frühstück! Frühstück! Zeit für ein Frühstück! Frühstück! Aber ist es nicht so schnell! Oh! Entschuldigung, liebe Kinder! Hm! Ich glaube, ich muss jetzt meine Zähne putzen gehen! Hey Steve! Warte mal! Und hör zu! Es ist Sonnig! Ich weiß! Es ist Sonnig, Maggie! Aber ich muss jetzt meine Zähne putzen gehen! Oh! Maggie! Oh! Hey! Es ist Sonntag! Oh! Steve hört mir nicht zu! Und im Radio! Oh! Na los! Zähne putzen! Zähne putzen! Na los! Zähne putzen! Zähne putzen! Na los! Zähne putzen! Zähne putzen! Und wasche dein Gesicht! Oh! Ah! Okay! Ich bin bereit für die Schule! Hey Steve! Steve! Guck mal! Oh! Hey Maggie! Ich kann jetzt wirklich nichts angucken! Und ich weiß! Es ist Sonnig! Oh! Maggie! Ich bin wirklich schon spät dran! Hohoho! Super doof! Verstehe! Haha! Mal schauen, was in der Schule los ist! Haha! Am Sonntag! Hihihi! Wenn du zur Schule gehst! Schule gehst! 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 Dann dreht dich ins Hundehäufchen! Ah! Au! Das ist kein guter Tag heute! Oh! Aber ich bin da! In der Schule! Endlich! Okay, Jungs und Mädels, Ruhe bitte. Es tut mir leid. Ich bin spät dran. Hey, wo sind all die Jungs und Mädels? Steve, Steve, es ist Sonntag. Was? Maggie, warum hast du mir nicht gesagt, dass heute Sonntag ist? Hab ich doch. Oh, du frecher, frecher Vogel. Super doofer Steve. Ja, Maggie, vielleicht hast du recht. Tschüss, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Was für ein verrückter Morgen. Ich muss aufstehen, aufstehen, jetzt aufstehen. Zwei keine Schlaflütze. Du musst dich anziehen, anziehen, anziehen jetzt. Du musst dich anziehen, anziehen, anziehen jetzt. Du musst dich anziehen, anziehen, anziehen jetzt, aber zieh zuerst deine Shorts an. Oh, zu spät, zu spät, oh, ha ha, das brüchst es nicht, genau. Zeit für ein Frühstück, Frühstück, Zeit für ein Frühstück, Frühstück, Zeit für ein Frühstück, Frühstück, aber ist es nicht so schnell. Oh, Entschuldigung, liebe Kinder, ich glaube, ich muss jetzt meine Zähne putzen gehen. Na los, Zähne putzen, Zähne putzen. Na los, Zähne putzen, Zähne putzen. Na los, Zähne putzen, Zähne putzen. Und wasche dein Gesicht. Okay, ich bin bereit für die Schule. Wenn du zur Schule gehst, Schule gehst, wenn du zur Schule gehst, Schule gehst, wenn du zur Schule gehst, Schule gehst, dann breite nicht den Hundehaufen. Uahhhhhh!